Und hallo zur nächsten Folge von Spice Girls Forever, der Film mit Filia Aljeni und Nevermore. Hallo. Garzielste Dame ever. Du fielst gerade auf mich, das finde ich nicht so toll. Warum? In der letzten Episode waren wir zurückgekehrt und mussten feststellen, oh mein Gott, shit happened. Hier ist irgendetwas passiert. Irgendetwas ist hier passiert. Oh mein Gott. Ja, die sind alle hungrig, man hört das Magen gegrummelt. Ja, genau. Wir haben denen ja jetzt Essen mitgebracht, also wir müssen keine Sorgen haben. Lass uns gehen. Apropos gehen, ich weiß nicht, ob das geht, habe ich mich schon vorgestellt, ich bin Alexi Fenris. Oh, Entschuldigung. Für den Fall, dass das jemand wissen soll. Du Eule. Ich kenne dich doch alle. Bestimmt, wir sind der dritte Spieler und Filia Aljeni. Filia Aljeni plus der dritte Spieler. Genau. Ich wollte mal kurz hier Repair, kann ich Repairn? Habe ich Geld? Nein. Das ist überhaupt ein Stuhl? It costs money. Das ist doch ein Stuhl, was ist das? Das ist ein... Das ist... Weiß ich nicht. Das ist der Geist von Jim Bob Chingbom in diesem Stuhl gefangen. Er wurde wiedergeboren als Möbel. Ja, aber was, das ist doch... Ich glaube, das ist schon ein Stuhl. Macht keinen Sinn, dieses Möbel. Ein Stuhl ohne Lehnen. Ja, ein Stuhl ohne Lehne, der aussieht wie ein Tisch mit... Mit Lehne. Mit Lehne. Vielleicht ist es auch ein Tisch mit Lehne, wer weiß. Ein Lehne. Vielleicht ist es ein Tisch für auf dem Schiff, damit nichts runterfällt, was man draufsteht. Ja, das fahrt so hin. So, jetzt werden wir uns mal langsam hier... Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ah! Ahem, so, okay. Ah! Ja. Ich glaube, der ist schon tot. Der auch? Ich glaube auch, ja. Der nicht. Paul Walker. Okay, es gibt also keinen nächsten Fast and the Furious Teil mehr. Der wurde gerade offiziell abgekündigt. Ach ja. Ja, so ist das. Wir müssen hier hoch, ne? Ich habe gehört, manche von den Schauspielern von Fast and the Furious haben in dem... Film gelernt, Auto zu fahren. Hat sehr gut funktioniert. Und the Furious mal als grobe Überleitung. Ich habe gehört, es soll wieder ein neues Need for Speed geben. Ein Mobile Game. Okay. Damit hört es bei mir schon wieder auf. Ach, guck mal, was wir da unten haben. Oh. Das ist ja langweilig, wenn wir den jetzt hier anschießen. Ach, guck mal, das ist so ein Explosiv. Haben wir da unten jetzt alle Zombies, die es gibt? Oder was? Ah, wenn ihr das jetzt auch macht, muss ich das ja auch machen. Wenn ich auch noch was abkriege. Ich möchte gerne den Kopf treffen. Müsst mir den, äh... Das wäre schon fast langweilig irgendwie gewesen. You're welcome. Naja. Stay down. Ach, geht doch. Aber hier ist noch irgendwo so ein Fuck. Oh, eine Granate. Das ist gut. Ich habe nämlich keine mehr. Keine mehr, die ich geben könnte. Keine was? Fax. Ach so. Ich habe da keinen Fax mehr. Wer macht jetzt die ganzen Faxen? Ich hoffe, die Granate ist... Habt ihr Schaden bekommen? Ich hoffe nicht. Fehlt noch irgendwem das Türaufbrech-Achievement? Äh... Ich sollte es eigentlich haben, habe es aber nicht gefunden. Ich probiere es mal. Ich übe das mal ganz heimlich zu Hause. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Diese blöde... Hi. Hallihallo. Oh Gott. Hallo, du da hinten. It's infected. Mit... Rosenkohl. Ach, hier ist ja kein... 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 Friendly Fire mehr, ne? Sehr gut. Was ist... Kamen wir von hier? Ah, damn. Ich weiß es gar nicht. Oh. 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 Gott, oh Gott. Oh Gott, warte. Hast du? Da musste ich mich jetzt leider opfern. Ja, ich... Da war nicht mehr rauszukommen. Gott. Ja, ich... Ich wollte noch zurückgehen, aber es ging leider nicht so wirklich. Ja gut, ich habe ihn halt abgekriegt. Ja. Aber der war ja auch gemein platziert. Ach, guck mal hier. Da guckt einer in den Boden. Das ist ein Extrasnack. Ein Extrasnack. Oh no, no, no. Oh no, no. Oh no, no, no. Empty. PC ist Empty. Wie kann das sein? Geht ja gar nicht. Aber die Zombies die ganzen Magnete schon genommen. Ja. Und wissen die Zombies überhaupt, wie Magnete funktionieren? Das sind alles Mormons. Magnets, how do they work? Müssten wir die Katzen fragen. Wir wissen das bestimmt. Die Katzen? Ja. Oh. Da draußen. Spielzeug. Kleine Versammlung. Und was, was? Ha? Ach so. Ha, ha. Okay, ich wollte gerade sagen. Was hast denn du für eine Waffe aufgehoben? Das ist ja gar keine Waffe. Also keine aufgehobene Waffe, meinst du? Das ist Edgar. Oh. Oh. Ja. Krasse Feuerkraft. Sind hier irgendwie... Oh Gott, dahinter ist auch irgendwas. Die Feuerkraft, die Friedenschaft. Oh mein Gott. Oh Gott, was sind das für Viecher? Ach, das sind ganz normale? Ja, ja. Die sehen... Ach, die sind nur besonders gepompert. Stirb doch. Hab nicht genug. Ach, du lebst noch. Hey du. Quatsch. So, jetzt lebst du nicht. Ich hatte nicht genug. Vergiss Headshots. Ziel auf die Nüsse. Vielleicht hilft das. Stamina dafür. Ziel auf die Nüsse. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir laufen jetzt hier rum und... Wir laufen im Kreis. Wir gucken uns mal um, was es so gibt. Fruit. I like the fruit. Oh, Alkohol. Nice. Klatsch. Ich finde hier nur Deo. Apropos. Hat jemand von euch neue Kopfwitze? Nein. Scheiße. Ich hab sogar extra meine Kollegen fragen müssen, ob die irgendwelche Kopfwitze haben. Was ist das denn? Der sieht noch sehr frisch aus, der Typ. Infected Taunt. Ja, okay. Ist ein besonderer. Okay. Das ist Tod. Oh mein Gott. Wer ist Tod? Tod ist gleich Tod. Er ist Tod? Ich bin Tod ist Tod? Oder Tod ist Tod? Oh mein Gott, es ist Tod. Das war jetzt... Kopfwitz? Oh. Anyone? Der hatte einen Generalschlüssel des Bürgermeisters und den hab ich aus Versehen genommen. Magic Wand Mod. Uh, wir können einen Zauberstab bauen. Uh. Wir sind Zauderer. Ha. I have skill points. Das heißt sogar auf deutsch Zauberstab. Ich würde skill points... Ich würde... Zauderstab? Ja, Zauderstab, genau. Genau so heißt das. Wird eben skill point vergeben auf... Zauderei. Auf Kopfwitze. Übelste Zauderei. Auf Kopfwitze. Skill auf Kopfwitze. Ich will diesen Skill haben. Ich will diesen Skill haben. Tja. Ähm. Ich habe leider keinen Skill frei. Oh Gott. Ich glaube ich auch nicht. Increase Experience Points for damaging... Breaking Enemies Bones. Cool. Ich hätte einen Gewehr. So. Verständlich Rezepte für Munition. Ja. Stimmt. Haben wir noch gar nicht sowas, ne? Ja, das stimmt auch. Das ist die B. Weil... Ja, das glaube ich dir. Klopf, klopf. Was ist hier? Was ist... Oh. Von hier sind wir gekommen. Ach. Durch diese hohle Gasse müssen wir. Also ein Energy Drink, wenn jemand braucht, äh... Brauch jemand? Ich nicht. Hier waren wir doch auch schon. Ich bin ein Schluck. Müssen wir da runter? Ey. Der war doch vorhin weg. Seife. Ich habe Seife gefunden. Und jetzt ist er wieder da. Das ist die Regel der Respawns. Ja, aber das ist Scho... Sch... Schof. Ja. Das ist so eine Mischung aus Doof und Scheiße. Das ist Schof. Oh Mann. Ich habe gehört, es gibt einen... Okay, keine politischen Themen hier in diesem Let's Play. Das bringt jetzt nicht wirklich was. Es gibt einen Politiker, der so heißt. Ja. Echt? Schofs heißt der Gute. Ja. Es gibt einen, der so heißt. Ey, hier ist ein Zombie, der durch die Tür gebuckt. Ah. Ich weiß nicht, wie das geht. Nee, nicht beim ersten Mal geschafft. Okay. Dann musst du erst, äh... Oh Gott. Hallo. Jaja, ich habe, glaube ich, kapiert, wie es geht, aber ich kann es nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein Riesensnack. Und Geld. Los, hau hin. Oh Gott, was ist passiert? Ach ja. Ah ja. Da war ja was. Rage. Da habe ich ihn voll angezündet. Da habe ich gar nicht mitgekriegt, so gut. So schnell ging das hier. Wahnsinn. I'm the incredible Alk. Ah ne, du trinkst den Alkohol die ganze Zeit. Ich? Nein. Ich habe ein Problem, habe ich beseitigt. Apropos Problem. Ähm, ich will ja nicht sagen, aber meine Health sind ein bisschen angeschlagen. Also, ähm, I'm calling Dips on Energy Drinks. Ja, hier sind ganz viele Snacks und Energy Drinks und so. Kann man dir noch irgendwie helfen? Ach, da. Wo ist eigentlich der Nevermore? Ist der mal wieder irgendwo anders? Mit dem Treppenhaus. Natürlich. Also, hier sind so viele Äpfel und knapp Kram und sonst was. Wow. Typ. Hä? Wo kommen die denn her? Die waren alle tot. Irgendwie... Da will jemand wohl wirklich von ganz... Ist das hier so eine Arena oder sowas? Ich glaube, es ist zu einer geworden. Ja, wenn hier alle mal respawnen. Pride Shotgun Mod. Hier liegt Pride Shotgun Mod. Habt ihr die schon hier? Hier. My Position. Glorreiches Sportlied. Wenn jetzt noch... Ich klau mir mal hier so ein bisschen Sachen. Ah, ich kann auch meinen Rage Modus aktivieren beim nächsten Mal. Sehe ich gerade. Aber ich... Ich glaube, das war mit Y. Kommst du bald mal? Ja, jetzt brennt er. Ja, erst brennt er und dann rennt er, ne? Genau. Warte, da draußen sind da auch Zombies. Das hört sich sehr laut an. Die Zombie-Apokalypse ist draußen vorbei. Draußen gibt es keine Zombies mehr. Aber hier schreien doch überall Zombies. Das bildest du dir ein. Ich mache irgendwie viel zu selten Crits. Wenn komme aus der Stadthalle. Die Zombies mal regelmäßig anzuzünden. Oh. Das ist ja alles am Looten. Ich gebe es auf. Ich warte hier nicht mehr. Ich komme zu euch. Ja, ich habe ihn gesucht und dann habe ich hier ein paar Sachen. Ja, hier war so ein Dingsgroßer da. Da brauche ich halt eine halbe Stunde, um den zu erschießen. Ich habe Ausweis gefunden. Da an der Pinnwand. Damn it. Oh, mein Tauchermesser ist ganz kaputt. Ja, das ist ja schön. Ich kriege meinen Homerun nicht mehr repariert. Dein was? The Homerun. Ach so. Kriegst du nicht repariert? Das ist mein... Nein, ich habe keine Kohle dafür. Ach so. Ich dachte, der wäre irgendwie nicht reparierbar oder sowas. So, wo laufen wir denn jetzt bitte hin? Tschüss, Frames. Hallo, Frames. Da seid ihr wieder. Was ist da gerade passiert? Erst mal absnacken hier. Absnacken. So, wo habt ihr einen Mod? Hier. Meine Position. Da. Ja. Ich habe eine große Batterie gefunden. Yay. Werd ich nie brauchen, aber yay. Sind wir alle soweit, dass wir weiter können? Ich bin soweit. Warte mal. Wir sind sowas von breit. Äh, mittlere Maustaste drücken und... Beziehungsweise, wenn wir ein 360 Gamepad benutzen oder Xbox One Gamepad. Ach so. Stimmt, ich war ja die Einzige, die hier noch gute alte Maus und Tastatur spielt. Bin ich der Einzige, der das hier richtig spielt? Ne, Quatsch. Keine Ahnung. Ich mag es halt immer mit dem Gamepad. Ich bin halt so. Ich mag halt sein Gamepad. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Du brauchst sie ja auch nicht. Ich mag es nicht grundsätzlich lieber, aber bei dem Spiel habe ich es einfach aufgegeben mit der Maus. Ja, ich mag einfach kein Gamepad. Oder ich komme damit nicht klar, sagen wir es mal so. Ich habe einfach keine Übung. Das Spiel hier mag definitiv keine Maus. Ja, zumindest nicht die Kombi-Menü und Spiel. Was ist da? Haben wir da noch alles? Ne, die Snacks lassen wir liegen. Vielleicht brauchen wir die noch, oder? Brauchen wir noch? Vielleicht. Ich glaube, die respawnen. Aber ich brauche nichts. Ich brauche im Moment keine. Wenn wir durch die Tür gehen, dann ist es... Dann reisen wir jetzt in die Kloake. Yay, schon wieder. Schon wieder. Da waren wir schon so lange nicht mehr. Oh. Find a way to the slums. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Wie ist das denn, der Rat? Ich weiß auch nicht. War so eine Eingebung. Oh, guck mal. Da. Schnee im Sommer. Was? Oh Gott, hallo. Das ist das Zeug hier auf dem Boden. Ach so. Der Schnee, ja. Das ist Schnee. Ach, da kommt noch mehr. Hallo. Tschüss. Goodbye. Guten Einkauf. Okay, wir können hier nicht... Äh, ist das Wasser irgendwie giftig oder sowas? War da sowas? Nope. Nein? Es ist nicht giftig, aber es riecht ekelhaft. Ja, das ist mir egal. Ich habe ja kein Geruchs-PC. Das wäre eigentlich mal was, ne? Denk ich, dann kriege ich nie wieder aus den Klamotten raus. Ja. So Geruchs-Emmeter für den PC. Ja, doch. Nicht für dieses Spiel, nein. Ja, kommt aufs Spiel an, das stimmt. Weiß nicht, was du dagegen hättest. Hättest. Haben tutest. Ich kann dir jede Menge untote Gründe dafür nennen. Aber es ist doch, äh, es vertieft das Spielerlebnis. Ich würde das dann gerne mal bei dir sehen. Erstens, entweder das oder Deponia. Ich meine, das Ding spielt auch immerhin größtenteils auf dem Müll. Stimmt. Auf dem Müllplatz. Na. Ey. Press X to use letter. Ne, ich muss die E drücken. Okay, X, um die Leiter zu benutzen. Jetzt wollte ich Nevermore unter den Rock gucken. Okay, X, um, äh, die letzte Ehre zu erweisen. Oh ja, hier, hier kann man lustige Sachen mit anstellen. Mit dem, oh ja, ich erinnere mich. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Ist das so eine Wasserleiche? Ach, hier war das mit dem Dampf oder so, ne? Ach ja. Oh, hier ist eine Tür. Ich glaub, dahinter ist eine Workbench. Oh mein Gott. Glaub ich brauch ich nicht, aber egal. Kann man hier looten, 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 looten? Nein, kann man nicht. Dreck, das markierig oder was? Ja. Brauchst du was Gutes zum Looten? Ach, alles. Ich nehm alles. Alles? Ich bin da nicht wählerisch. Ach, guck mal hier. Guten Tag. Und so, meine lieben Freunde, tranchieren wir ein untotes Filet. Oh, die haben alle mitgespielt. Ich bin mir sicher, dass man ein Filet nicht tranchiert, aber... Das ist meiner selbstgemachten Machete schon fast... Oh, shit. Oh. Stay the fuck away. Hast nix zum Schießen? Mann. Ich hab genug zum Werfen, das sollte reichen. Kunde. Ich lass ihn erst noch ausdampfen, ausglitzern. Aus-elektrisieren. So, komm weiter. Ich befürchte fast, ja. Wie er ist befürchtet? Ich will nicht weiter, aber ich befürchte, wir können. Komm, man, hier ist ja was drin. Loot! Nein, okay. Das Loot, das... Aha. Geh weg, ey. Geh weg. So. Bist du Bescheid. Und genau deswegen pöbelt man nicht irgendwelche Passanten auf der Straße an. Weil die einen dann verschneiden. Weil die einen dann verschneiden. Ah, Hilfe, ein Untoter. Das sind Reflexe, die bekommt man so schnell nicht wieder raus. Ah, ich verstehe. Guck mal, da ist, da wartet das ein Blob. Oh. Ein Blob. Sekunde. I got this. Wie ist die Reihe los, ja? Äh, irgendwo hier habe ich noch eine von meinen... Ja, die steckt bei mir noch in dem drin. Oh, hi. Ah, da. Oh, hi. Hi. Guck mal, du blöder Infizierter. Lass mich. Lass mich. Genau, mach die mal kaputt. Ach, gut Tag. Cash. Cash in den Cash. Eine Kiste und es ist nur Cap. Ah, da hinten ist ein Fack. Rennt man nochmal. So. Ich hätte das gerne unkomplizierter gelöst. Danke. Ja, ist klar. Boah, ich schreie auch wie ein Mädchen. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wo bist du? Ja, jetzt bin ich tot. Oh Gott, warte ich... Wo bin ich? Ich bin gefangen. Hilfe. Moment, wo muss ich... Ach, guck mal. Ich bin hinter dem gespawnt. Ähm... Hallo. Hallo. Ich kapiert gerade. Autsch. I'm down. Ja, sorry. Wo ist... Wo ist... Ich bin auch sorry. Ach, da. Ich bin leider den Kopf abgeschnitten. Ein Typen, oh Gott. Ich den Arm. Und ich grill das Ding jetzt noch. Frostmorten. Irgendwie habe ich... Ich hatte doch vorhin... Stockmesser. So, das ist hier. Hier geht's lang. Follow me. Wo bist denn du? Ach, da. Ich weiß, ihr könnt den Spruch mittlerweile nicht mehr hören, aber... Ja, ja. Ohm. Ich ignoriere das einfach. Ohm. Ohm. Ich muss Skillpunkt verteilen. Ach so. Okay, na gut. Dann können wir genauso gut die Episode hier enden lassen, weil wir sind schon wieder... durch. Echt? Ja. 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 So. Ähm. Das war's von den Spice Girls. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und haut da rein und stuff und ich überlasse das letzte Wort euch. Ciao. 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 Ciao.